Hallo und herzlich Willkommen am Telestammtisch. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Der Telestammtisch. Ich bin der René und ich habe heute zusammen mit der Nina die wunderbare Aufgabe, bei euch ein bisschen über den, ja, neuen Kanal auf Disney Plus zu erzählen, nämlich Star. Und Star ist quasi, ja, wie ich schon gesagt habe, ein neuer Kanal und auf dem gibt es quasi alle Inhalte, die zwar Disney gehören, aber nicht vielleicht, ja, kindstgerecht sind oder vielleicht ein bisschen von der typischen Disney-Manier abweichen. Auch gerne mal Sachen, die ursprünglich von Studios wie Fox waren oder ABC, die nun eben zum Disney-Konzern gehören. Und ja, was sagst du zu Star, Nina? Ich bin erstmal total geplättet, weil es sollen ja 300, über 300 neue Inhalte kommen, wo ich mir auch dachte, so what? Jetzt wird es halt voll krass unübersichtlich, das hat ja schon Netflix-Verhältnisse. Aber so, ich habe mir dann so angeguckt, was alles so kommen soll und es sind ganz, ganz viele alte Serien, wo ich mir dachte, oh, das wird nochmal geschaut, wie zum Beispiel, ich glaube, Lost kommt dazu, das erinnert, das weckt Erinnerungen in mir und das muss nochmal geguckt werden. Oder Firefly zum Beispiel, die Serie von Joss Whedon, die habe ich zwar auf DVD, aber wer guckt schon DVDs und deswegen freue ich mich halt sehr, aber auch wegen neuer Sachen, die ich noch nicht geguckt habe, wo ich mir immer dachte, oh, das will ich so gerne gucken. Aber noch nie irgendwie dazugekommen, die zu gucken, weil ich nicht die richtigen Streaming-Dienste hatte parat. Ja, das ist ein gutes Thema. Einige Serien, die zum Beispiel aktuell auf Amazon Prime laufen oder auf Netflix, die werden dann wahrscheinlich, sobald Star hierzulande startet, das ist Stand aktuell, glaube ich, Ende diesen Monats, also Ende Februar. Genau, 23. Februar. Die werden dann wahrscheinlich aus diesen Diensten entnommen und dann mal eben zu Disney rübergeworfen. Zum Beispiel, ja, Scrubs fällt mir da relativ spontan ein, aktuell wieder auf Prime, bald wieder nicht mehr. Ja, das wird einige wahrscheinlich wieder ein wenig ärgern. Aber so ist das nun mal im stetigen Karussell der Streaming-Dienste. Ja, und damit direkt als Überleitung. Eine Serie, die aktuell bei Amazon Prime zu sehen ist, ist Blackish. Blackish ist ab Star, dann ein Disney Original. Und worum es in Blackish geht, das sagt euch jetzt die Nina. Ja, es geht darum, dass wir die Welt oder das Leben von einer Familie, von den Johnsons, zu sehen bekommen. Und das ist eine sehr, ja, wohlhabende Familie, die in L.A. wohnt und die sind alle schwarz. Also das ist deswegen Black. Aber dieses Ish ist, weil zumindest halt in der ersten Folge geht es auch darum, dass der Vater, der will halt, dass seine Familie ein bisschen mehr in diese Black-Kultur reinkommt. Weil für ihn sind die alle, äh, Akten, die alle zu weiß. So, der Sohn will nicht Andre genannt werden oder Dre, sondern Andy. Und will halt Field-Hockey spielen anstatt, oder halt will Feld, nee, wie heißt das? Feld-Hockey. Feld-Hockey, einfach, ne? Ja, Feld-Hockey spielen und nicht Basketball oder so. Und damit geht es dann los, dass es halt immer pro Folge so eine übergeordnete, ja, Konfliktsituationen gibt, die dann halt auf lustige Art und Weise gelöst wird. Und das erinnert mich sehr an, ähm, neuere, moderne Sitcoms, wie zum Beispiel Modern Family. Und das, ich war hin- und weggerissen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand es total lustig. Ja, das fasst es auf jeden Fall sehr gut zusammen. An der Stelle würde ich noch, ähm, in den Raum werfen, dass die Darsteller auf jeden Fall in meinen Augen extrem passend sind für ihre Rollen. Ähm, vor allem Laurence Fishburne, vor allem Laurence Fishburne, finde ich, hervorragend als Pops, also quasi als, ja, Großvater der Familie mit seiner herrlich-zynischen und schwarzhumorigen Art. Ähm. Ja, ich finde ihn auch so großartig. Aber der ist so anstrengend. Also ich, wenn ich mir vorstellen würde, dass wir mein Vater, ich würde den Hals umdrehen wollen, aber das ist so witzig in diesem Kontext von dieser Familie. Ja, er, er, er bietet einen schönen Kontrast zu den anderen, finde ich. Mhm. Ansonsten, äh, was ich sehr schön fand, ist, dass in der Hauptrolle Anthony Anderson zu sehen ist, den ich persönlich aus Scream 4 kenne. Stimmt. Ähm, ich finde ihn einfach wirklich hervorragend. Also er spielt, er spielt sehr authentisch und ich kaufe ihm seine Rolle auf jeden Fall sehr ab. Ja, also ich finde, alle sind total gut drauf. Also die haben Spaß, glaube ich. Also die haben Spaß gehabt. Ich glaube, die Serie ist abgedreht. Ja. Oder noch nicht ganz. Hier steht in sechs Plus-Staffeln, also seit 2014 gibt's die Serie. Naja, wird man ja sehen. Aber ich, der Macher, also die Idee stammt ja von Kenya Berries und der hat auf Netflix eine andere Serie, die ein bisschen daran, also ein bisschen daran erinnert. Es ist halt so ein bisschen so seine Familie in, fiktionalisiert. Und die fand ich aber nicht so cool. Nein. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen, ich finde Blackish passt für mich besser so in mein Befinden, was ich so an Sitcoms gerne mag. Ja. Ähm. Warte. Jetzt habe ich den Fern verloren. Ähm. Ja, Blackish gehört auf jeden Fall zu den, ich sag mal, heißesten Sitcoms, die es aktuell auf dem Markt gibt. Äh, ich persönlich habe sie durch Zufall gefunden, als sie, wie gesagt, noch auf Amazon Prime lief, äh, spontan mit angefangen und sehr schnell lieben gelernt. Und was ich, wie du schon angesprochen hast, auch sehr, ja, schön fand, sind die Einsichten in eben diese, äh, in die, eben in die schwarze Kultur, dass man mal nicht so oberflächlich betrachtet an die Sache herangeht und auch wirklich, ja, durchaus was dazu lernen kann. Ja, ich finde es auch total lehrreich und, aber nicht so, hier, lerne was, so in your face, sondern einfach lustig und angenehm. Äh, genau. Das war Blackish. Wer auf Sitcoms steht, guckt da auf jeden Fall rein. Ihr werdet es lieben. Ja. Star bringt uns aber mehr als nur Sitcoms. Und wer auf Serien wie Emergency Room oder Grey's Anatomy steht, das übrigens auch bei Star enthalten sein wird, ähm, der ist vielleicht mit 9-1-1 ganz gut bedient, einer Serie, die aktuell vier Staffeln besitzt und genre-technisch durchaus in die Action- und Ärzte-Kategorie gehört. Worum geht es da? Ja, die Serie verfolgt, wie der Name schon sagt, 9-1-1, 9-1-1 ist der Notruf in Amerika und genau die Leute, die um diesen Notruf herum arbeiten, die lernt man kennen in der Serie. Da geht es um, ähm, Sanitäter, um Polizisten, um Feuerwehrleute und vor allem auch die Mitarbeiter der Leitstelle, also der, der Leute, äh, die Leute, die am Telefon sind und die Telefonate annehmen und dann auch weiterleiten müssen. Das fand ich halt total interessant, dass man halt diese Sicht hat und, äh, die, eine Mitarbeiterin der Leitstelle ist auch, ähm, durch sie sieht man mehr oder weniger die Serie. Die anderen sind halt auch, ähm, mehr oder weniger Hauptfiguren, aber sie ist auch dabei als, ähm, Erzählerin, als Erzählerstimme und das finde ich halt sehr spannend gemacht. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, es ist mir ein Touch zu Drama-ich, zu, ähm, Soapy, so. Aber dann halt am Ende von den Folgen dachte ich mir so, ich dachte mir so zum Ende hin so, okay, ich gucke die Folge und dann, äh, lasse ich es sein, ich habe jetzt reingeguckt und dann endet die Folge mit einem Cliffhanger, wo ich mir dachte, oh, nein, jetzt müssen wir die nächste Folge gucken. Und in der nächsten Folge dachte ich mir so, oh, so Soapy, so die, die Dramen, die halt entstehen in dieser Folge, dann denke ich mir so, oh, nein, ey, wie doof. Und dann endet die Folge und dann denkt man sich so, nein, ich kann doch jetzt nicht aufhören zu gucken. Und so ging es mir halt mit drei Folgen und, äh, wir hatten, glaube ich, vier insgesamt, äh, zur Einsicht. Das klingt nach einem Teufelskreis. Auf jeden Fall, also das ist echt, äh, wirklich krass. Grace Anatomy, ich, so von wegen hier Drama und die verlieben sich, verlieben sich nicht. Äh, dann ist es halt, äh, das Problem mit der Arbeit und ich, äh, will meine Arbeit haben, aber der eine Feuerwehrmann, der in der ersten Folge dreht dann mit dem, äh, mit dem Feuerwehrauto irgendwie runden und gabelt irgendwelche Frauen auf und wird deswegen dann entlassen. Und das sind halt so die Dramen, die da sind. Aber dann sind auch so Einsätze, ich glaube, in der zweiten Folge ist es, äh, da rücken die Feuerwehrmänner an und Frauen und müssen Baby aus einer, aus einer, äh, aus einem Rohr irgendwie befreien. Wo man sich denkt, ich, ich würde gerne wissen, ob es an wahre Fälle irgendwie basiert. Weil das kann ich mir nicht vorstellen. Aber so, solche Art von Dramen und von Einsätzen kriegt man da mit. Ja, also ich sag mal, ich kenn mehr als die ersten vier Folgen, die du gesehen hast, weil ich die Serie schon länger im Fernsehen tatsächlich verfolge. Und was mir bei der Serie auf jeden Fall gut gefällt, ist durchaus die Charakterentwicklung. Also, ich gehe da zum Beispiel auf den Charakter, gespielt von Angela Bessett, ähm, die ja eine, ja, ich sag mal, sehr prägnante Polizistin spielt. Ähm, da bekommt man auf jeden Fall schöne Einblicke auch in den Berufsalltag der verschiedenen, ja, ich sag mal, Dienste. Also sei es jetzt Feuerwehr, Arzt, etc. Ja, wobei Arzt gar nicht mal so stark. Ähm, und wie du auch schon sagst, ich finde den Einblick in die, ja, in die Leitstelle relativ schön. Also das ist so ein, so ein Faktor, den man in den meisten anderen Serien vom vergleichbaren Kaliber nicht so, so sehr, äh, im Vordergrund sieht. Und das gibt der Serie auf jeden Fall, ja, eine angenehme Würze, würde ich sagen. Ich, ja, das finde ich auch. Und vor allem, ich finde die Strukturierung der einzelnen Folgen halt sehr nett, weil, weil es ist halt sehr episodenhaft, was die Einsätze angeht. Und, äh, ein Einsatz fängt immer damit an, dass man halt die Stimme mehr oder weniger sieht, so als, äh, als Datei, so, ne, wie wenn man halt Musik hört und dann so die Ausschläge und, äh, was die Personen miteinander erzählen. Also sagst du ja halt 911, was ist deine, äh, what's your emergency? Und dann fangen sie halt an. Und dann geht man halt in die, in den Notfall rein. Und das finde ich halt sehr clever gemacht. Ich weiß halt nicht, ob sich das dann halt irgendwann abnutzt als Mittel. Aber ich fand das halt sehr spannend gemacht. Ja, es wird eigentlich relativ gut beibehalten. Ähm, Ausnahmen gibt's natürlich, aber eigentlich zieht sich das, ja, wie so ein roter Faden eigentlich durch die Serie. Ähm, was du angesprochen hast, dass die Serie ein bisschen, äh, wie hast du es genannt? Soapy. Soapy, ja. Das ist ja ein bisschen Soapy-Work, das kann ich tatsächlich bestätigen. Ähm, gerade in der, lasst mich nicht lügen, äh, zweiten oder dritten Staffel gibt's ein paar Ereignisse, die fand ich auch etwas drüber. Äh, möchte jetzt natürlich nicht spoilern, aber, ja, das trifft es auf jeden Fall wie den Nagel auf den Kopf, das Soapy zu nennen. Sehr schöner Begriff. Ähm, im Vergleich zu anderen Arzt-Serien, falls du welche gesehen hast, wie würdest du 9-1-1 da einreihen? Ähm, es ist, ich finde schon, dass man das sehr, sehr gut mit Grey's Anatomy zum Beispiel, ähm, vergleichen kann, weil der Cast halt sehr groß ist, man hat auch relativ große Namen, halt, du hast ja schon Angela Bassett angesprochen, die spielt da mit, ähm, ansonsten spielt da auch noch Peter, der heißt Peter Krause, äh, Peter Krause wahrscheinlich, den kenne ich zum Beispiel aus, äh, Six Feet Under, da hat der, glaube ich, die Hauptrolle gespielt, und in irgendwas mit Familie, Family, ich guck mal gerade, ob ich das finde gerade, auf jeden Fall so eine Familie in San, in San Francisco, äh, Parenthood, genau, so. Und, ja, Parenthood, muss ich ganz ehrlich sagen, ist genauso soapy, aber es ist halt eine tolle Soap gewesen. So, es ging um meine Familie und das war halt interessant. Und, äh, Six Feet Under wird ja auch hochgelobt bis zum Gehtnichtmehr. Ja, ich hab da, glaube ich, ein paar Folgen geguckt, als es damals lief, aber ich war da viel zu jung dafür, deswegen hab ich das alles nicht so wirklich verstanden und hab's nie wirklich nachgeholt. Aber es sind halt große Namen bei 911 auch, ähm, oder Connie Britton, die spielt die Leitstelle-Mitarbeiterin, die kennt man unter anderem aus Friday Night Lights und Nashville hat sie auch mitgespielt. Friday Night Lights, großartige Serie mit einem noch besseren Film. Ja, die Serie hab ich auch noch leider nicht geguckt, aber auf jeden Fall sind halt große Namen mit etwas unbekannteren Schauspielern und dann halt so gemixt ergibt das eine sehr gute Mischung und halt, ja, wenn man halt auf so soapige Dramen steht, wie halt, äh, Waste Anatomy zum Beispiel, da wird man halt bestimmt Freude dran haben. Also, Arztfans, gönnt euch. Gut, dann würde ich sagen, machen wir doch einfach mal einen, ja, krassen Genrewechsel. Auf Disney Star wird es eine Serie geben, die auf den Namen Solar Opposites hört. Es ist wirklich das Solar Opposite von dem, was wir bisher jetzt geredet haben. Solar Opposites hat aktuell zwei Staffeln, wenn ich mich nicht falsch erkundigt habe. Ähm, die Serie ist von 2020 und von den Machern von Rick and Morty. Und, ja, es ist quasi eine animierte Sci-Fi-Sitcom mit interessanten Charakteren, wie ich dem Trailer entnehmen konnte. Aber mehr dazu entfiehlt euch jetzt die Nina. Ja, das ist, ja, es ist einfach Rick and Morty, nur dass die Hauptfiguren nicht Rick and Morty sind, sondern, äh, eine Alien-Familie, die irgendwo in Amerika gelandet ist und, äh, mit ihrem Raumschiff hier irgendwie abgestürzt ist und deswegen kommen sie nicht mehr weg. Und der eine hasst die Menschen, die anderen sind halt so ein bisschen, ähm, bisschen integrierter in die Welt der Menschen. Äh, die Kinder gehen zum Beispiel zur Schule. Und das ist halt, also, das ist halt Rick and Morty halt. Das ist halt genau das Gleiche, würde ich mal sagen, weil ich bin kein Rick and Morty-Fan. Ich habe, glaube ich, eine halbe Folge geguckt. Und deswegen dachte ich mir so, ja, okay, wenn du das so besprechen sollst, guckst du auch die Folge auch zu Ende. Und ich habe sie auch zu Ende geguckt, aber es ist halt nicht mein Ding. Es ist schon ziemlich witzig und ich kann auch verstehen, dass Leute darauf stehen, aber es ist halt nicht mein Fall. Es ist halt, es ist halt sehr kruder Humor. So, da muss man wirklich, ähm, sieht für Kinder aus, aber ist auch gar kein Fall für Kinder. Ja, ich sag mal, ich habe die Serie bisher noch nicht gesehen, aber nach dem, was ich im Trailer gesehen habe, bin ich jetzt scheinbar der komplette Kontrast von dir? Weil ich habe da voll Bock drauf. Ja, es ist halt so, ich, ich weiß nicht. Also, The Simpsons ist so das Höchste der Gefühle bei mir, so. Ich bin auch kein Fan von Family Guy und so. Ich weiß auch nicht genau. Aber es ist halt nicht für mich. Dann erübt sich quasi meine nächste Frage, wie du die Serie im Vergleich zu zum Beispiel den Simpsons oder Futurama siehst. Ja, Simpsons ist so das, äh, irgendwie das liebste Kind auf der Welt im Vergleich zu Solar Opposites zum Beispiel. Das ist halt das Kind, was, äh, später mal wahrscheinlich ein Serial Killer wird, weil das einfach so abgedreht ist. Und das, äh, das ist wirklich, es ist speziell. Sagen wir es mal so. Ja, klingt auf jeden Fall speziell, aber sehr interessant. Ich erinnere mich gerade vor allem an eine Szene aus dem Trailer, die ich, ja, ein bisschen cringy, aber sehr lustig fand. Ähm, wie du schon gesagt hast, es geht natürlich um Aliens, die auf der Erde landen. Und was ich dem Trailer entnommen habe, die kommen noch nicht ganz so mit den menschlichen Geflogenheiten klar. Und dann gibt es da ein so eine Szene, wo die Aliens scheinbar irgendwie ihre Schuldirektorin gefangen haben. Und, äh, Kinder hört jetzt weg, ihr Cola ins Gehirn schütten, um zu sehen, was passiert. Ja, das ist, ähm, in der ersten Folge tatsächlich so, aber mit die Spoiler-Alert. Die lassen eine Klassenkameradin, die so, die sie, die, von denen sie gemobbt werden, äh, lassen sie sie einfach verkleinern. So, die werden, die wird halt ganz, klein. Und damit, äh, die nicht erzählt, was passiert ist mit ihr, machen sie, schneiden sie den Kopf auf und, äh, tun da Cola rein. Und dann wird die, das Mädchen halt, ähm, ja, kann das Mädchen nicht mehr so richtig gut, äh, funktionieren. Sagen wir es mal so. Das ist halt schon, wenn man sich denkt, aha, nein, das ist, nee. Ja, ja. Ja, das ist, ja, das ist wirklich so, das ist, ja, wenn man Weekend Morty oder halt sowas wie Family, das ist so, 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 wirklich diese krude Humor-Art, Marc, wird man da auf jeden Fall, ja, wird man auf jeden Fall da sich, äh, gut bedienen. Ich bleib lieber bei den Simpsons. Gibt's ja auch oft auf Disney+. Stimmt, alle 31 Staffeln. Wer hat da nicht Bock auf einen Binge-Marathon? Ähm, was ich noch ganz erwähnenswert finde, als ich mich über Solar Opposites schlau gemacht habe, habe ich festgestellt, dass die Serie eine Mischung aus, wie dem bereits genannten Rick and Morty, aber auch einer Sitcom sein soll, die ich für extrem unterschätzt finde, an dieser Stelle ein kleines Thumbs-up zu Hinterm Mond gleich links. Mit John Lithgow, Chris Johnson und Joseph Gordon-Levitt. Ja, das war mein Childhood-Crush, sozusagen. Als ich diese Serie geguckt habe, fand ich Joseph Gordon-Levitt total toll. Ja, wer die Serie nicht kennt, ich kann sie sehr empfehlen. Eine sehr unterschätzte Sitcom. Aber, ich würde mal sagen, back to topic. Ähm, eine weitere Serie, und da sind wir schon wieder bei einem, ja, Genre, Genresprung, ist Big Sky. Big Sky ist auch von 2020 eine Krimiserie, wenn mich nicht alles täuscht, bisher eine Staffel und basiert auf dem Buch The Highway von CJ Box. Worum geht's da? Es geht darum, dass, ähm, die Privatdetektive Cody und Cassie, die werden halt darum gebeten, weil Codys, ähm, Sohn Justin, seine Freundin, kommt aus, äh, Colorado nach Montana. In Montana spielt die Serie, um bei ihm zu sein und auf dem Weg, äh, nach Montana verschwindet sie und deswegen sollen die Privatdetektivinnen, ähm, sind halt zwei Frauen, sollen die, äh, sollen die Freundin halt finden. Und das geht halt die ganze Zeit darum, dass, ähm, halt Frauen verschwunden sind und, äh, die halt wissen wollen, wo, wo die Mädchen sind, weil es sind halt nicht nur die Freundin, sondern die Freundin ist noch mit ihrer Schwester halt gereist und deswegen machen sie sich auf, äh, diese zwei Mädchen zu finden und, ja, dann passiert halt noch ganz, ganz viel und es ist, äh, auch nichts für Kinder. Ähm, als Darsteller sind ja unter anderem Ryan Filippi und John Carroll Lynch, der ja gerne mal in solchen Genres mitspielt, äh, enthalten, oder beziehungsweise dabei. Ähm, wie würdest du die darstellerische Leistung beurteilen? Die, also die beiden, die wir sind wirklich, ähm, ziemlich, ja, wenig präsent, also von dem, vom Screentime her, aber vor allem, ähm, John Carroll Lynch ist halt einfach, ähm, ja, unglaublich. Das ist halt, der macht nicht viel, aber das, was er macht, ist halt so unangenehm, dass man sich denkt, oh, den würde ich gar nicht gerne, äh, irgendwie begegnen, weil die erste Szene, wo man ihn sieht, da ist, ähm, bei der Verkehrspolizei, glaube ich, und ist halt immer unterwegs und halt hilft Leuten. Und er wird von einem etwas reicheren Typen aus San Francisco, der halt zu Besuch in Montana ist, der halt auch so einen teuren Tesla fährt, der steckt fest. und dann kommt, äh, äh, John Carroll Lynch um die Ecke und sagt ganz verrückte und unangenehme Dinge, wo man sich denkt, oh, shit, was ist das denn für ein Freak, was ist das denn für ein Psycho? Und ich will nix spoilern. Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr atmosphärischen Mann. Ja, aber das Ding ist auch, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab die erste Folge, ich glaub, wir haben die ersten zwei Folgen zur Einsicht bekommen. Ich hab nicht so sehr das, den Drang gespürt, die zweite Folge zu gucken, obwohl ich das auch machen werde. Ich werde mir die Serie auch angucken, weil das ist von den Machern von Big Little Lies, hab ich, äh, gelesen und die erste Staffel Big Little Lies hab ich einfach so in mich reingesogen. Ähm, das werde ich hier wahrscheinlich auch irgendwann mal nachholen, vor allem, weil es halt so eine, ja, so eine Krimiserie und ich mag Krimiserien eigentlich, aber man ist so krass über, wird so krass überschüttet mit Krimiserien und mit guten Krimiserien, dass man die einfach gar nicht mehr zu, wirklich zu, ähm, zu schätzen weiß, ne? Ja. Aber es ist halt so, auch die, Privatdetektive haben auch ein Verhältnis miteinander und dann ist halt die eine mit dem anderen verheiratet und dann ist es halt so eine Dreiecksbeziehung und dann denke ich mir so, oh, es könnte so soapy werden vielleicht. Ist das etwa soapy? Ja. Und dann denkt man sich so, will ich das wirklich gucken? Und deswegen werde ich, ähm, werde ich mal in die zweite Folge nochmal reinschauen. Ja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. gerade, wie du schon sagst, dass es so viele auch gute Crime-Serien gibt, ähm, in einer Welt voller Crime-Serien, wo würde sich Big Sky einreihen? Würdest du es Fans des Genres empfehlen? Oder womöglich auch Leuten, die mit dem Genre gerade erst warm werden wollen? Ich finde, dass, ähm, das, für beide ist das gut, weil es ist halt sehr, ja, wie soll ich sagen, es ist einsteigerfreundlich einerseits, weil, ähm, das wird halt einfach nicht so, ähm, man muss nicht viel über Crime-Serien so wissen, um da mitzukommen. man weiß so, ah ja, okay, der und der und das und das, okay, und dann gibt's einen Twist und dann denke ich so, oh mein Gott, was wird jetzt passieren? Aber es ist auch so, dass es, ähm, ich finde das sehr, sehr interessant, man sieht, äh, die Ereignisse aus der Sicht von verschiedenen Figuren, unter anderem auch von den Mädchen, die halt verschwunden sind und auch von dem Typen, der sie mitgenommen hat und das finde ich halt sehr interessant auch, so, einfach, es sind halt viele Figuren auf einmal, die man halt in der ersten Folge dann irgendwie, um die Ohren geworfen bekommt, aber es ist schon ein bisschen anders in der Hinsicht, dass man nicht halt, sich nicht denken muss, oh, wer war's, ne, dieses typische Whodunit, so nach, nach dem Schema Agatha Christie, so, ne, das, der Weg ist das Ziel, sondern halt, man weiß, wer es ist und warum es ist, aber halt, die anderen Figuren wissen es nicht und dann ist es halt spannend. Das klingt auf jeden Fall nach einer Serie, die man sich durchaus angucken kann. Ja. Wunderbar. Aber, wie gesagt, hat mich nicht so gecatcht, aber ich werde es dem Ganzen halt noch eine Chance geben. Ja, dann berichte doch später einfach mal, wie dir die komplette Staffel gefallen hat. Yes. Ähm, ja, die letzte Serie, die wir heute besprechen, die hört auf den Namen Love Victor. Auch von 2020, hat bisher eine Staffel und fungiert als Nachfolgeserie zum Film Love Simon. Erzähl uns doch mal etwas über Love Victor. Ja, in Love Victor geht es halt um den titelgebenden Victor, der zieht mit seiner Familie aus Texas nach Atlanta, wo auch Love Simon spielt. Also, es spielt im selben Universum. Love, äh, Simon, aus Love Simon ist aber älter und deswegen nicht mehr auf der Schule. Äh, unterhalten sich Victor und Simon über, ich glaube, Instagram oder so, weil Victor weiß auch nicht so recht, ähm, wer er ist, ne, der im, ähm, in Love Simon ging es halt darum, dass Simon, der weiß, dass er schwul ist, weiß aber nicht, wie er seinen Eltern das erzählen soll. Und in Love Victor geht es halt darum, er glaubt, er sei schwul und schreibt, äh, Simon und will halt so ein bisschen, ja, ein bisschen Austausch mit ihm haben, aber Victor weiß halt nicht, dann am Ende, bin ich wirklich schwul, bin ich vielleicht bisexuell, bin ich, stehe ich vielleicht nur auf Mädchen, ich weiß es nicht, und diese, ja, diese, diese Suche nach, wer bin ich, das, darum geht es halt in Love Victor. Ähm, ja, ist natürlich auch ein Thema, das aktuell, ja, durchaus immer noch präsent ist und es auch immer sein wird, ähm, wie findest du denn, ähm, wie findest du denn die Sicht auf das Thema in der Serie? Ich find's, ich weiß auch gar nicht, warum das auf Star läuft, weil ich finde das sehr kindgerecht in Einführungsstrichen, weil es wird viel erklärt, es wird viel, ähm, ja, einfach viel gezeigt, so von wegen hier, ähm, es gibt, was, wer bin ich, also ich finde Mädchen, äh, toll, ich finde Jungs toll, was, ne, wer, wie, äh, reihe ich mich da ein und dann gibt's jetzt in der letzten Folge, die ich geguckt hab, ich glaube Folge 3 oder 4, ähm, erzählt er halt so von wegen, ja, ähm, Sexualität ist ein Spektrum und so und das wird halt so sehr, ja, sehr gut erklärt, so, ne, und es wird aber nicht so wie in der Schule oder im Sexualunterricht, Kundentunterricht oder so, einfach erzählt, erzählt, erzählt und dann ist, man geht da mit Victor halt durch diese, durch diese, äh, Suche halt, zusammen mit ihm, das finde ich halt sehr nett. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war ein großer Fan von Love, Love, Simon und der Love, Victor ist auch sehr in dieser Schiene und auch sehr soapy, aber das sind so, so Teenie Soaps, die, wenn sie gut gemacht sind, das, da habe ich einen Softspot im Herzen dafür. Ja, Love, Simon habe ich tatsächlich damals im Kino gesehen, weil ich, ich glaube, ich habe Freikarten gewonnen. Fand ich auch recht schön gemacht, den Film, vor allem, weil er einfach mal, ja, ein bisschen anders ist, ähm, als dieses, ja, klischeehafte, Liebesgeschnulze, ähm, und ich kann jetzt nur für Love, Simon sprechen, aber, ähm, ich fand auch, dass da nicht allzu oberflächlich an das Thema rangegangen ist, sondern auch, ja, sehr realistisch und auch aus, also wirklich nachvollziehbar aus Sicht von heutigen Kindern oder, oder Jugendlichen, die sich vielleicht in einer ähnlichen Situation befinden. Ja, ich finde, es ist halt nur sehr disneyfiziert, ne, das ist halt, äh, auch schon bei Love, Simon, die waren einfach mega rich, alle, und das ist bei Love, Simon, äh, Love, Victor immer noch, das wird zwar gesagt, dass, Victor in einer, eher, ja, ärmeren Gegend wohnt, aber deren Wohnung ist halt auch mega toll, riesig und so, es ist halt so dieses Ding, von, ja, es ist halt so, ne, in Serien haben die Leute immer die mega krassen Buden. Außer bei Alle hasten Chris. Okay, das habe ich nicht gesehen. Ähm, also würdest du schon sagen, dass Love, Victor der durchaus typischen Formel folgt? Was, was so? Ja, also es ist mega krass, äh, nicht vorhersehbar, aber es ist schon sehr, wo man sich denkt, okay, es wird darauf hinauslaufen, dass das und das passiert. Wie es dazu kommen wird, das ist dann halt die Frage. Ja, dann darf man ja gespannt sein, ob Victor am Ende seine Liebe findet. Ich finde es auf jeden Fall interessant, dass aus Love, Simon jetzt eine, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Spin-off-Serie, ähm, ja, herausspringt. Das birgt auf jeden Fall Potenzial, würde ich mal behaupten. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Es wurde schon eine zweite Staffel angekündigt, die wurde auch bewilligt sozusagen und genau, ich bin da, vor allem, es ist so angenehm, die Folgen sind 30 Minuten lang und man kann die einfach so, einfach weg. Alles unter 40 Minuten, nenne ich immer zum Nebenbeigucken. Ja, genau, es ist halt wirklich so, du machst eine Folge an und dann hast du alle Folgen geguckt. Ja, muss es auch geben. Schöner Kontrast zu überlangen Folgen. Genau. Ja, fünf sehr interessante Serien, verschiedene Genres, ähm, das ist jetzt natürlich nur ein, ja, eine kleine Momentaufnahme von dem, was Star alles für uns bereithalten wird. Ja, bei über 300 Serien. und Filme. Und Filme. Ja. Wird schwierig, alles zu besprechen. Ja, das wäre ein bisschen eine Mammutaufgabe. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf Star. Ich finde den Preis, der da drauf kommt, auch relativ in Ordnung für den Inhalt, den man bekommt. Ähm, ich weiß jetzt leider nicht den genauen Betrag, aber ich meine, es waren ein paar Euros im Monat. Ähm, ja, es ist, ich glaube von, ich glaube, 7,99, was jetzt kostet, auf 8,99 oder dem Besuch. Voll in Ordnung. Ich glaube, es ist um die 9 Euro kostet dann es an dem Monat. Aber ich kaufe es eh immer im, zum vollen Jahr. Ja, Stressfreier, ne? Ja. Ja, warum ich mich auf Star freue, ist vor allem die Tatsache, dass ich mir dadurch ein wenig mehr Input von Disney erhoffe, der halt wirklich mal ab 16 und plus geht. Ähm, warum ich das gerne hätte, ist einfach die Tatsache, dass ich hoffe, dass die Daredevil und Punisher Serien fortgesetzt werden, die ja ursprünglich bei Netflix liefen. da auch Wäre wünschenswert, ne? Da halt auch die Inhalte von Hulu mit einfließen, sehe ich auf jeden Fall Potenzial und bin gespannt, was Disney draus machen wird. Aber ich meine, Disney gehören jetzt Franchises wie ähm, Stirb langsam, Alien, Predator, also ich kann Alles. Ja, eigentlich alles. Bis auf James Bond, der gehört ihn noch nicht. Ja. Aber wahrscheinlich auch nur eine Frage der Zeit. Ähm, eure Meinung zum Thema Disney und MGM haut sie in die Kommentare. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf Star, startet am 23. Februar voraussichtlich, ich denke, da kommt aber nichts dazwischen und ich bin mir relativ sicher, dass wir da einige sehr coole Inhalte bekommen. Ähm, anfangs angesprochen, es gibt ja aktuell viele Streaming-Dienste, ähm, für den einen oder anderen könnte das tatsächlich auch interessant sein, weil jetzt Serien eben von anderen Diensten auch hier einwandern. Da denke ich zum Beispiel an große Triple-A-Serien wie zum Beispiel so Walking Dead oder Sons of Anarchy. oder die allseits beliebten Arzt-Serien wie Grey's Anatomy oder oder Scrubs. Ich freue mich sehr auf Buffy. Ja, also ich bin da, das wird auch Lost, Buffy und Firefly werden meine Serien. Man merkt, hier ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Ja. Hast du sonst noch ein, ja, ein abschließendes Wort zu den Serien oder Star? Ähm, ich bin ganz gespannt darauf, wie es sein wird, wenn man halt dann, ich bin schon bei, äh, bei dem Angebot, was jetzt auf Disney Plus gibt, manchmal ein bisschen überfordert, weiß nicht, was ich gucken soll, dann gucke ich wieder Mulan. Also, die Zeichentrick, äh, den Zeichentrickfilm nicht, äh, das Remake. und deswegen weiß ich nicht, ähm, ich freue mich schon auf viele Sachen, die ich hier, äh, in der Liste der zu erwartenden Sachen sehe, aber ich weiß halt nicht, was davon alles tatsächlich angeguckt wird, weil es ist sehr überfordernd, wenn halt jetzt Boom, 300 Sachen plus jetzt neu gibt. Ja, da braucht man, braucht man auf jeden Fall länger, um die Liste durchzuscrollen. Mhm. Aber die Qual der Wahl es gibt Schlimmeres. Genau. So oder so wird man immer was finden, was einen interessiert. Und wenn es zum viermillionsten Mal Avengers ist. Auch das. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank für die Einblicke in Disney Star und das Angebot. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gerne, gerne. Und an die Hörer da draußen, wenn ihr eine Meinung zu Disney Star habt oder allgemein zu Disney Plus, dann haut sie gerne in die Kommentare auf der jeweiligen Plattform, wo ihr uns hört. Wir bedanken uns natürlich für eure Zeit und sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, wertes Publikum, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Zeit. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie heute gehört haben, empfehlen Sie uns doch bitte weiter an Ihre Freunde, Bekannte und Verwandte, an jeden von dem Sie glauben, unserer Podcast gehört genau um deren Ohren. Wir freuen uns sehr auf Ihr Feedback, das Sie gerne hinterlassen können auf den Social Media Plattformen, wie zum Beispiel Facebook, Twitter, Instagram oder auch bei uns im Blog unter tele-stammtisch.de. Da gibt es Kommentarfunktionen, bitte nutzen Sie die Bitte und bewerten uns auch noch. Wir sind ein Podcast, der von seinen Bewertungen lebt. Gehen Sie auf Apple Podcast, auf podcast.de, auf Google Podcast oder eine der vielen weiteren Plattformen, auf denen man Podcasts bewerten kann und bewerten Sie uns. Das wäre total toll. Wir danken Ihnen vielmals und wenn Sie noch ein bisschen Geld übrig haben, dann nutzen Sie doch die Gelegenheit, uns via PayPal eine kleine Spende zukommen zu lassen oder die Amazon Affiliate-Links zu nutzen, die Sie in den Shownotes finden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.